So, da sind wir auch schon wieder bei Diablo 1. Mittlerweile auf Level 2 angekommen. Und wir treten jetzt die Dark Passage für unsere Quest Poised Water Supply. Yay. Mal sehen, was uns da drin erwartet. Wahrscheinlich die meisten wissen schon, so wie ich auch, nämlich jede Menge Gegner. Was sagt eigentlich unser Inventory? Inventory ist voll. Ja, und die Viecher hier heißen Carver. Ah, von denen haben wir auch schon genug getötet, sehe ich gerade. Ist nämlich immer schön, weil man sieht... Oh, die Devilkin. Davon haben wir bis jetzt zwei Tote. Man sieht nämlich netterweise immer... Gold Pieces. Hier unten, wie viele wir davon schon getötet haben. Was beim ersten Teil hier noch nicht sieht, sind Half-Boss. Scroll of Firewall? Hm, die ist manchmal nicht schlecht. Oh, Flash-Clan. Die sind böse. Wenn sie überleben und an einen rankommen. So, halbwürdig, halbwürdig, halbwürdig. Mal mal. Ja, man sieht auch hier oben, wir sind im Poised Water Supply. Okay, so wie es aussieht, geht es da lang weiter. So gucken wir doch oben erst zu Ende. Dummdi-Dum. Ja, hier ist nichts mehr, gut. Und ja, ist toll, wie schnell... Unglaublich schnell wir uns bewegen. Eigentlich ist die Bein-Animation schon für unsere Geringungsgeschwindigkeit zu schnell, finde ich. Oh, noch ein Flash-Clan. Ja, die tun weh, wie man sieht. Scroll of Town-Portal, Scroll of Town-Portal. Oh, wow. Ja. Oh, du bist tot. Meinmal hilft wirklich nur Abstand nehmen. Und den Gegnern. Und ja, da ist das vergiftete Wasser. Wow, und da sind Fernkämpfer. So, gucken wir mal, was getroppt ist. Noch einer vom Flash-Clan. So, ein bisschen Abstand zu nehmen und... Flush! Wasser ist gereinigt, yay! Jetzt, wo die Dämonen nicht mehr reinpinkeln. Und ja, das sieht wirklich irgendwie so aus, so mit dem Gelben. Oh, lag da was? Entschuldigung, könnte ich mir gerade über was drüber gefahren. Ah, da, Gold. Ja, ein bisschen Gold haben wir mittlerweile zusammen. So, das heißt, wir können aus den Water Supplies raus. Und ja, mit S kann ich übrigens hier die Schnellleiste öffnen, um zum Beispiel Squad of Town Portal auszuwählen. Hier lag auch gerade irgendwas noch rum. Und dann bin ich einfach nur über Back to Level 2 gefahren. Wahrscheinlich. So. Gut, wir haben von... ...vom Heiler, von Pepin, die Quest gekriegt. Also können wir sie da auch abgeben. Stapf, 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 stapf. Was ist das, was du sagst? Die nur Präsenz der Dämonen hat das Wasser getestet? Oh, wirklich ein großer Schreck ist hinter unserer Stadt. Aber deine Perseveranz und Wachstum geben uns Hoffnung. Bitte, ziehe diesen Ring. Vielleicht wird es dir in der Destruction von so vile Kreaturen helfen. Ja. Melodung ist ein Ring, den wir noch identifizieren müssen. Was ails you, my friend? Bei Item, eine Portion of Healing. Jetzt können wir ihn... Ja, jetzt ist die Quest halt weg. Auch aus unserem Questlog verschwunden. Und ich glaube auch die anderen Leute haben nichts mehr zu sagen darüber. Hallo, mein Freund. Nein. Wir können jetzt aber die Wax. Fire Resistance und den Ring. Ja, Ring of Truth. Unique Item. Das ist so unique, das Item, dass es ein extra Fenster hier drüben braucht. 10 Hitpoints, Minus 1 Damage von Enemies und Resist all 10%. Das ist ein ziemlich guter Ring eigentlich. Wow, was kann ich für dich tun? So. Bow of Strength können wir auch verkaufen. Können wir verkaufen. Schrottbau können wir verkaufen. Verkaufen. Müssen wir doch das Buch verkaufen. Wow, was kann ich für dich tun? Aber wir gucken mal, was hat das so? Cape of Jaguar, Mace of Light, Cape of Light, Iron Mace. Cape, Cape. Ah, nichts Besonderes. Mal hier, das Cape of Strength. Ja gut, wir könnten es gegen ein Cape of Jaguar tauschen, aber... Wow, was kann ich für dich tun? Ich repariere erst mal unser Zeug. Dann verkaufen wir doch das Buch. Dumm, die Dumm. Ich fühle mich für die Antworten. Ich fühle mich für die Antworten. Ich könnte in Magic reinpacken, dass wir auf 20 hoch sind. Falls wir mal ein Book of Healing oder ein Book of Town Portal finden, dass wir sie benutzen können. Ich glaube, dafür braucht man 17 und 20 Int. So. Einmal kurz speichern. Dann mal gucken, wo müssen wir weiter. Da oben geht's weiter und hier geht's weiter. Oh, hier liegt Gold hoch rum. Oh, hier sind auch noch Gegner, die wir noch nicht getötet haben. Und da ist der Raum der Räume. Ihr seht schon von hier aus. Also ganz ehrlich, der Raum hier ist schon alleine das Grund, warum ich sage, wenn ihr am besten unter 18 Jahre seid, dann guckt dieses Spiel nicht. Ich möchte hier jetzt nicht die Verantwortung dafür übernehmen, dass hier Mitterjährige gucken. Weil dieses Spiel ist nichts für schwache Nerven. Na, nochmal Dexterity. So. Das ist nämlich der Butcher-Room. Butcher-Room, genau. Eine Butchentote hat uns auf jeden Fall, wenn wir den Raum aufmachen. Deswegen will ich diesen Raum erstmal noch geschlossen halten. Ah ja, man muss den Raum... Äh, hi. Na gut, ganz ehrlich, Wack sind nichts wert. Die können liegen bleiben. Man muss den Raum nicht mal öffnen. Man muss nur so mal in ihn reingucken. Um da die aufgespießten Toten zu sehen. Das ganze Blut, die Gederbe, alles. Um zu wissen, dass das kein guter Raum ist. Cap und Skull-Cap. Und ja, erstmal will ich es verweiten, den Butcher freizulassen. Erstmal kläre ich den Raum hier. Auch die sichere Art und Weise, nämlich indem ich einfach alle töte, bevor ich reingehe. So, sammeln wir das Gold ein, was die gedroppt haben. So, was macht das Ding nochmal? Oh. Nichts wirklich Schönes. Es hat mir jetzt gerade ein Dexterity abgezogen, mir dafür ein Stärke gegeben. Also genau verkehrt herum. So, hier drin. Wow. Neuer Longbow. Noch ein Holy Bolt. Noch ein Holy Bolt. Okay. Okay. Das hat sich jetzt nicht wirklich rentiert. Ja, eins bis sechs. Und zwar Holy Bolt. Ah, noch Gold. Ja gut, wollen wir uns dem Butcher stellen. Nein, wir haben genug Heiltränke. Und ja, er kann uns ziemlich gut jagen. Ich sollte Zeug ausnutzen. Oh, ne, 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 ne. Au, 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 au. Und ja, man sieht, wie man glitscht. Wow. The spirits of the dead are now avenged. Ja, wir haben den Cleaver vom Butcher. Unsere Rüstung ist fast am Arsch. Wir haben keine Heiltränke mehr. Also keine normalen mehr. Und sie hat ja gerade gesagt, die spirits of the death sind da avenged. Ach ja, da war der Weg nach unten. Auch schon. Also werde ich hier mal ein Townportal aufmachen. So, die Quest ist schon mal verschwunden. Ich weiß gerade gar nicht mehr, haben die Leute noch was im Nachhinein zu... ...in dem Teil was zu sagen, zu haben? Nein. Gut, dann sparen wir uns das. Jetzt ist die Frage, was Chris wollt. Grüß Gott, mein Freund. Willkommen in der Tavern des rüstenden Sonnen. Wow. Was kann ich für dich tun? Hallo, mein Freund. Bleib ein bisschen und hör'n. Oder ist es unser Säuferkumpel hier unten? Und ein Schäuferkumpel hier unten? Haha, ich mag den Febber. Er ist wirklich zufrieden, du weißt. Hör'n hier. Du solltest sicher, dass du ihn kennst. Ein guter Freund wie das? Wenn die Leute immer helfen wollen, die Hilfe wollen. Ich denke, ich würde mich irgendwie wie du, ein Heroin. Ich war ein Heroin, auch. Ja, fahr'n. Also nicht wirklich was Neues zu sagen. Und ja, der Cleaver. Ja, erst mal gucken. Die Cap. Zwölf mehr Hitpoints. Können wir auf Einrüstung verzichten? Was tut dir, mein Freund? So, kaufen wir. Pushes of Healing. Der hat der Cleaver. Plus 10 Stärke. Unusual Item Damage. 4 bis 24. Aber Auto-Do-Ability hat nur 10 Haltbarkeit. Du hast, glaube ich, nichts Neues. Bower of Might. Ja, den können wir super gut gebrauchen. Den hier aber. Bower of Skill. Ja, komm. Gucken wir mal ganz kurz. Ja, zwei Arme und höhere Treffer-Chance. Wow, was kann ich für dich tun? So, Sell Items. Ja, wir werden den Cleaver nie benutzen, also verkaufen wir ihn. Longbow weg, Skullcap weg, Longbow weg. Zeug repären. Neue Squall of Town Portal. Und die beiden Bücher noch verkaufen. So, die beiden verkaufen. Skull of Town Portal. Was hat sie denn so an Büchern? Nichts, nur Stuffs. Stimmt, eigentlich können wir auch da drüben hinpacken. Gut. Das heißt, die einen, meiner Meinung nach, eine der schlimmsten Quests haben wir bereits geschafft. Plumm. Also jedenfalls für die ersten acht Level eine der schlimmsten. Es wird noch genug schwieriges Zeug auf uns zukommen, aber... Das Schlimmste für die erste Hälfte des Spiels haben wir schon mal geschafft. Klapp, okay. Identifizieren und verkaufen, wenn es soweit ist. Also für mich sieht das einfach nur aus wie ein Brett mit einem Nagel. Nicht wie in der richtige Keule. Gut. Wir haben Ebene 2 abgeschlossen. Haben auch unsere ersten beiden Quests erledigt. Und ja, Ebene 3. Oder Level 3. Wir sind immer noch hier in der Kathedrale übrigens. Und ja, wir sind jetzt fertig.